Und dann Moinsen zu den VfB News hier am Freitag den 2.7. Stand der Dinge ist so 14 Uhr würde ich sagen, so das letzte Mal wo ich so überall durchgeschaut habe. Natürlich ist wieder alles unten verlinkt, ihr wisst Bescheid. Unten auch kategorisiert quasi, mit Leerzeichen und so weiter alles. Ja, so führe ich da, dass ihr quasi auch genau an den Links entlang quasi den Podcast auffolgen könnt, wenn ihr die Links nochmal selber aufrufen wollt. Ja, wir fangen an mit ein paar. Wir haben wieder ein paar Random zusammengepackten, die man nicht richtig in Kategorien reinbekommt. Danach wird es wieder ein bisschen strukturierter. Wir fangen zum Beispiel an. Vor vier Tagen war es vor einem Jahr. Ja, also am 28. Juni 2020 sind wir aufgestiegen. Offiziell als zweiter Platz wissen wir ja alles und haben mit dem 1-3 gegen Darmstadt die Saison beendet. Und für wen es hier so dieses Jahr einen Ticken später losgeht oder was heißt später losgeht, aber zu uns zumindest später zurückkommt, neben Wataru Endo, wird es auch Florian Müller sein. Weil der wurde nominiert für den deutschen Kader für die Olympia. Schon mal sehr geil für den Kollegen. Und auch geil natürlich für Endo, wo er ist ja selbst da auch in Gerüchten, dass er vielleicht sogar Kapitän wird für das Turnier. Was auch eine große Ehre ist natürlich für ihn. Natürlich auch im eigenen Land, auch in Japan. Deswegen den beiden da Bock. Und wie auch Missentat hier beim Kicker sehe ich auch kein großes Problem bei Endo oder bei Müller, dass die, ja, die paar Wochen, die sie dann halt später dazu stoßen quasi. Ich glaube, das wird nicht groß schlimm sein für unsere Saison. Hier auch schön, die Tinte ist trocken. Am Mittwoch haben der VfB Obertürkheim und der VfB die Kooperationsvereinbarung über die Zusammenarbeit im Mädchen- und Frauenfußball im Zeichen des roten Brustrings unterzeichnet. Das heißt, die Schritte werden gegangen. Gefällt mir. Wir haben bald wirklich richtigen Frauenfußball bei uns am Start. Na, kann man auch das Klub von der Größe wirklich mal langsam machen. Ist passiert. Ein Versprechen, das erfüllt wurde. Und da schauen wir natürlich schön in die Zukunft, wie es da weitergeht. Wie es mit ihm weitergeht, ist natürlich auch die andere Frage. Der Bild schreibt, dass seine, ja, Dokumente noch geprüft werden. Natürlich geht es hier um Silas, Katompa und Wumpa. Aber natürlich auch um selben Atemzug hatten wir auch schon im Podcast. Ich sage es hier nochmal. Ist der VfB wohl doch daran interessiert, mit ihm zu verlängern? Also, ja, logischerweise so. Aber wäre auch gerade jetzt ein schönes Zeichen mit der ganzen Aktion. Natürlich auch ein Spieler, der natürlich hoffentlich, wenn er nach seiner Verletzung im Oktober, November irgendwann wieder normal und gut zurückkommt, so wie wir ihn kennen, nicht verkehrt wäre, den noch länger zu binden. Auch wenn du ihn vielleicht nicht so lange halten kannst. Aber die paar Jährchen auf dem Vertragspapier hauen auch nochmal ein paar Millionchen obendrauf in der Ablösesumme dann. Deswegen wäre ich da voll dabei, den Kollegen natürlich zu verlängern. Und auch die letzte News hier noch. Das ist auch schon Ewigkeiten hin, Ewigkeiten klar. Es geht aber nicht zum HSV für ihn, für unseren Ex-Torwart-Trainer jetzt quasi, den Uwe Gospodarek. Es geht für ihn nach Köln. Und damit ist die Thematik auch abgegangen. Das geht, ist ja schon recht lange klar. Ja, jetzt geht es nach Köln. Hamburg war kurz drin, wegen Tim Walter, dem Ex-Trainer. Aber es geht nach Köln. Wir gehen in transfermäßige Geschichten, in Kader-Geschichten quasi rein. Hier auf Twitter, der Kicker schreibt, dass die, oder jemand schreibt aus dem Kicker-Artikel raus quasi, dass die Kaderplanung des VfB bis auf Führig abgeschlossen sei. Paderborn will ja drei Millionen haben, wir bieten zwei. Alle gehen trotzdem davon aus, dass die Einigung irgendwann kommt. Aber ein bisschen sagt trotzdem natürlich, bis zum 1. August kann jeden Tag etwas passieren. Und Wechselgedanken von Kalajic dürften jetzt konkreter werden, schreibt hier der Twitter-User auch aus. Ja, also Kaderplanung abgeschlossen ist immer ein Fragezeichen dran. Vor allem wenn Kalajic geht, ist es natürlich nicht dran. Deswegen sagt er ja auch, es kann jeden Tag was passieren. Das ist natürlich auch so ein bisschen Flunkerei hier irgendwie, ähnlich wie mit irgendwelchen Ablösesummen bei Führig mit einer Million rumzuhängen. Und da zu sagen, ja, wir geben nicht so und so viel aus oder wir können nur 10 Millionen von 30 Millionen Einnahmen oder sowas ausgeben und so Geschichten. Und natürlich auch die ganzen Spielchen, die er misslingt hat, bestimmt auch drauf haben wird. Sonst hätte er auch bestimmt einen Mafropanus mit einer Kaufoption von 8 Millionen geholt oder so. So hat er es ja auch scheinbar um die 4, 5 Millionen runterbekommen. So, der ist ja schon erfahren, hat ja schon seine Ahnung. Also es ist die Frage, wie viel von den öffentlichen Aussagen man da genau ernst nehmen kann, was irgendwelche Ablösemöglichkeiten angeht und Kaderplanungsmöglichkeiten angeht. Aber so ist es mal, ne, das Öffentliche vom Sven quasi. Ja, also wie gesagt, Führig wird vermutlich kommen. Kalajcic, mal gucken, was mit dem Kollegen noch passiert. Und auch natürlich schön, Marktwert. Auch ein schönes Ding, was man hier angucken kann, weil es eben so gut war. Hat jemand rausgearbeitet und hingeschrieben, der VfB hat zu Beginn der Saison 21, 22 einen Ausgangsmarktwert von 166,15 Millionen. Im Vergleich sind das 90 Millionen mehr als im Vergleichszeitraum vor einem Jahr. Das ist heftig. Das ist wirklich, wirklich heftig. Gut, wir verlieren natürlich zum Start oder im Vergleich zum Endwert unserer Saison, zum Saisonende. Gut, 23 Millionen an Teammarktwert schreibt er auch noch. Aber logischerweise, ne, das sind halt Gonzales-Transfer und Kobel-Transfer, wo halt da ein bisschen die Marktwerte, ja, flöten gegangen sind. Aber trotzdem, das ist ein heftiger Unterschied und zeigt einfach die gute Arbeit. Wenn sich das Team irgendwie entwickelt, das sieht man auch immer in den Marktwerten. Und das streiche ich mal auch hier nochmal mit einem Bildartikel. Mistend hat, wird zum 100 Millionen Euro Macher, schreiben sie hier einfach ganz simpel. Deswegen, weil er seit seinem Amtsantritt 2019 durch Spielerverkäufe, also Spielerkäufe und Verkäufe, ein Transferplus von 80,6 Millionen Euro erwirtschaftet hat. Und das kann kein anderer deutscher Klub in diesem Zeitraum toppen. Auch nochmal dickes Lob natürlich. Und einfach geil, bleib bei uns, bitte Sven, bleib hier. Und sie schreiben natürlich von 100 Millionen, weil wenn ein Kalajic für diese 30 Millionen, die da kolportiert werden, möglicherweise doch noch geht, dann sind wir eben über 100 Millionen im Profit oder im Transferplus, ne. Sind wir gerade beim Thema. VfB-Ergang von Kalajic, so ist der aktuelle Stand. Und der ist nicht großartig verändert. Er hat eine geile, geile Wude gemacht beim 1-2-Ausscheiden von Österreich gegen Italien. Aber sehr respektables Ausscheiden, wirklich gut gespielt, in die Verlängerung gezwungen. Und eben der Erste, der seit, was weiß ich, wie vielen Spielen und Minuten gegen Italien mal wieder getroffen hat. Natürlich auch, wie gesagt, geiler, geiler Treffer. Sehr sehenswert, wie er sich da durch drei Leute oder fast vier Leute durchschlängelt. Auf den kurzen Pfosten mit so einer Traorie-Ecke gewesen auf Schienbeinhöhe. Und dann geht er da runter, nickt da runter mit seinen zwei Metern, wie auch immer das möglich ist. Aber geht dann runter und macht einfach ein Flugkopfballtor flach in die kurze Ecke am ersten Pfosten. Das ist eine sensationell, sensationelle Bude. Interesse scheinbar Tottenham, AC Mailand kennen wir ja schon und auch die AS Rom mit Neutrainer Jose Mourinho. Also mal gucken. Wir wollen ja um die 30 Millionen haben. Ob die jemand auf den Tisch legt, ist die andere Frage. Mailand kann das bestimmt. Rom weiß ich nicht. Und Tottenham können es auch bestimmt, wenn eben Kane den Weg zu ManCity geht vielleicht. Hier ein Gerücht, was irgendwie auch aus dem absoluten Nichts kommt. Und ich deswegen auch dem mal nicht so viel Hoffnung, nicht Hoffnung, aber nicht so viel Beachtung schenken will. Ich sage es nur hier kurz, weil es auch hier OneFootball- bzw. Fußballdaten.de berichtet. SSC Neapel ist an Wendell interessiert von Leverkusen. Und dazu der Nebensatz auch Sosa ein Thema, weil die scheinbar auch einfach nach was Jüngerem suchen, einen offensiveren Linksverteidiger suchen und da scheinbar auch Sosa ein Name ist. Aber Sosa soll ganz fest gehalten werden. Ich glaube nicht, dass Sosa geht. Und dann auch Neapel, netter Name. Aber der Stand vor dem Gerücht, da würde ich jetzt erstmal nicht weiter drauf eingehen. Wo wir drauf eingehen, ist quasi auch eine Art Neuzugang, nämlich Nartei. Haben wir ja damals von Köln geholt, ausgeliehen ein Jahr an Rostock und dann noch ein Jahr ausgeliehen an Sandhausen. Ja, und da hat er wirklich in beiden Leihgeschäften scheinbar wirklich gut performt. Ist über das wieder Lügen, wenn ich sagen würde, ich habe Rostock oder Sandhausen groß verfolgt, aber scheinbar da wirklich gute Leistungen gebracht von dem, was man halt so mitbekommt und lesen kann. Und der hat gesagt, ich werde Gas geben. Schöner Satz, aber klar, erwartet man auch so ein bisschen, ist ja logisch. Aber könnte schon einer sein, der in der Saison so ein kleiner Shootingstar werden könnte für uns. Mittelfeldmann, zentrales Mittelfeld normalerweise, der müsste glaube ich auch Linksverteidiger gespielt haben. Oder so wie damals ein Castro quasi mal auf der rechten Verteidigerposition ausgeholfen hatte. Hat der scheinbar auch in Sandhausen, glaube ich, getan auf Links, wenn ich da nicht ganz falsch bin. Da gerne, wie bei allen Themen natürlich, gerne eure Meinung in die Kommentare und euer Wissen vor allem auch gerne in die Kommentare unter diesem Podcast. Aber ja, habe ich Bock drauf. Und das könnte einer sein, der sich wirklich als neuer Neuzugang, ist er ja quasi, obwohl wir uns schon länger bei uns unter Vertrag haben, wirklich vielleicht sogar durchsetzen könnte oder auf jeden Fall auf seine Einsatzzeiten kommen könnte. Mal gucken. Ich meine, er war auch bei der U21-EM dabei mit Dänemark. Die haben es ja auch recht weit geschafft, bis dann Deutschland kam. Deswegen, glaube ich, ein interessanter Name für uns. Stuttgart. Kempf, Tommy, Klement und drei weitere Spieler sollen gehen. Beziehungsweise, die sprechen genau... Ja, doch, nee. Das meinen sie schon mit drei weiteren Spielern. War gar ein bisschen verwirrt hier. Ähm, wir verlangen scheinbar um die sieben Millionen für Kempf, um erstmal den Namen zu nennen. Hm, also, ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob wir sieben Millionen für Kempf bekommen gerade. Der hat noch ein Jahr Vertrag. Das wirkt mir recht hoch, vor allem, wenn du eben mit Frankfurt eigentlich quasi nur Frankfurt hast, als Gerücht, was sich so halbwegs hält. Also, ich bleibe irgendwie gerade dabei. Ich glaube nicht, dass Kempf geht. Dadurch wirst du auch keinen Schlotterbeck holen, auch nicht holen können von der Ablöse her. Auch wenn es der Leverkusen ja scheinbar gerade auch irgendwie für Kapak interessiert. Vielleicht ist der Schlotterbeck doch wieder auch kein Thema. Aber Stand jetzt, keine Ahnung, ich sehe gerade keinen Abnehmer für Kempf. Deswegen sehe ich da auch kein großes Karussell, was die Position betrifft. Auch interessant natürlich, neben Kempf dürfen auch Erik, Tommy und Philipp Klement im VfB verlassen. Tommy, 26, Kempf, 26, Klement, 28 Jahre alt. Ja, beide können nicht so wirklich zum Standpersonal. Schreiben sie hier auch, Klement könnte es zu Köln ziehen. Hatte ich natürlich auch gar nicht im ersten Blick so gesehen. Natürlich, Steffen Baumgart dort Trainer, der durfte Klement auch schon in Paderborn gefördert haben oder trainiert haben. Und ja, zu Tommy gab es ja auch das Schalke-Gerücht. Bei Klement klang es ja auch nach Laie. Vielleicht mal gucken, ob man die beiden wirklich für eine Summe wegbekommt, doof gesagt. Oder ob man die halt nur verleiht oder eben nahezu ablösefrei gehen lassen muss. Bin ich mal gespannt. Aber große Zukunft haben die beiden ja nicht unbedingt. Tommy irgendwie auch, glaube ich, nicht wirklich der Liebling von Matarazzo. Auch wenn man es, keine Ahnung, aber letztes Jahr hat er auch ein paar Spiele gehabt, wo man gedacht hat, oh ja, nach der Einwechslung war doch gar nicht so verkehrt. Vielleicht darf man mal in die Startup, vielleicht darf man mal reinkommen. Aber dann war wieder doch nichts. Also der hat, glaube ich, nicht das höchste Standing bei Matarazzo. Und Klement auch Ergänzungsspieler gewesen, den man tendenziell halten könnte, eben als Ergänzungsspieler. Wenn er natürlich die Chance sieht, hey, bei Köln spiele ich vielleicht Stamm oder spiele ich vielleicht öfter. Dann könnt ihr ihn auch zum anderen Bundesligisten ziehen. Anderes Thema natürlich auch Pablo Maffeo, der hier scheinbar auch beim passenden Angebot von 4 Millionen Euro gehen darf. Oder gehen kann, soll, wie auch immer. Dazu aber eben auch, ja, gibt es das Interesse von uns, wenn eben kein anderes Interesse kommt, dass man es mal wieder versucht, ihn zu integrieren. Könnt natürlich auch einfach nur wie vorhin Flunkerei sein, wo man sagt, jo, wir machen jetzt mal so ein bisschen den Anschein, als würden wir ihn halten wollen. Als würden wir sagen, oh, guck mal, der kann ja sogar kicken. Also, um ihn halt irgendwie doch eher loszuwerden und irgendwie da ein bisschen das Interesse an ihm vielleicht ein bisschen zu wecken dadurch. Ja, keine Ahnung. Ich fände es, glaube ich, schon ganz cool, dem Maffeo noch mal eine Chance zu geben. Wenn er es dann nutzt, könnte er wirklich helfen, weil er eben auch wirklich der richtige Wingback ist da halt auf rechts. Aber wenn nicht, dann hockt er wieder auf ihm fest. Mal schauen, sonst wird er vielleicht auch zum Leihkandidat, wie es eben auch Luca Mack und Aydonis sind, die ähnlich wie auch in der Wutscha zu irgendwelchen sinnvollen Teams halt ausgeliehen werden sollen, wo sie mal Spielpraxis bekommen. Mack mittlerweile 21 und Aydonis 20 Jahre alt. Laie Mafia, habe ich gesagt, weil es hier einen Artikel von Fußballtransfers gibt, die wieder Huesca nennen, die ihn ja schon mal ausgeliehen haben, letzte Saison und da halt die Kaufoption in Höhe von 5 Millionen verstreichen haben lassen. Vielleicht wollen sie ihn diesmal noch mal ausleihen und haben gemerkt, ey, so schlecht war er nicht, aber 5 Millionen ein bisschen zu viel und diesmal leihen sie ihn aus mit einer Kaufoption von 3,5 Millionen, sowas in die Richtung. Keine Ahnung. Auch wenn es, ja, wie es hier rauskam aus dem letzten Artikel, eher so wirkt, als würde er ihn entweder verkaufen wollen direkt oder halt nochmal versuchen und nicht den Gefühl zum 18. Mal am Stück zu verleihen. Also mal gucken. In seinem Instagram-Profil steht zumindest wieder drin VFB-Player. Wurde natürlich auch direkt wieder auf Twitter erkannt. Ist natürlich, ne, ist jetzt VFB-Player so, aber, ja, könnte man schon, wenn man ganz übertreiben will, doof gesagt, ein bisschen als Commitment oder ein bisschen als, ne, Richtung zum VFB-Werten. Aber das ist dann halt dieser, ich sag mal, Social-Media-Journalismus, in der ich, diese investigative Social-Media-Journalismus im Sinne von eben durch Social-Media-Accounts von den Spielern irgendwie, ich like hier was, das ist ein Anzeichen, dass ich zu dem Klub will oder ich folge dem VFB und deswegen könnte es sein, dass ich zu dem VFB wechseln will und solche Geschichten. Mal gucken, was mit Marfeo passiert, das ist, glaube ich, wirklich ein recht offenes Ding gerade. Mal gucken, ob er bei uns wirklich richtig aufschlägt zum Saisonstart, ob er eben nicht, ne. Wir haben noch hier drei Stück an der Zahl, die quasi andere Klubs betreffen, aber so ein bisschen uns quasi, so ein bisschen außerhalb vom VFB, aber schon VFB. VFB, Mainz offiziell, Kehl folgt 2022 als BVB-Sportdirektor auf Zorc, Vertrag unterschrieben bis 2025. Ist schon mal schön, weil da gab es ja immer die Gerüchte, könnte Mislat zurückgehen nach Dortmund. Rein vom Posten her ist das zumindest mal scheinbar gedeckt mit Kehl. Nummer zwei, einfach weil wir uns ja auch über Ablösungen unterhalten hatten in den Geschichten González und so weiter. Wenn man jetzt mal guckt, wir haben für den 23 oder manche sagen 24 Basis bekommen, die bis zu 27, 27,5 oder sowas ansteigen könnte. Und jetzt klingt es hier danach, als würde André Silva, Torjäger schlechthin von Frankfurt, wird scheinbar für um die 23 Millionen innerhalb der Liga zum Konkurrenten Leipzig wechseln. Ich meine, jetzt der Frankfurt-Kollege erzählt, dass es da ein bisschen durcheinander ist mit irgendwie, keine Ahnung, Spielerberater und da landet Geld und hier landet Geld. Die Summe ist quasi höher, aber halt drumherum verteilt und nicht in der richtigen Ablöse, so an und für sich. Ich bin da nicht näher drin in Frankfurt, aber so wurde es mir so ein bisschen erklärt. Trotzdem, die Summe, die an und für sich auf dem Platz steht, sind 23 Millionen. Das ist genau gleich viel wie González und dann dafür ein André Silva nach Leipzig. Also können wir uns, glaube ich, wenn wir nur die beiden Linger vergleichen, schon glücklich schätzen und zufrieden sein mit den 23 Millionen Euro für González. Und Nummer drei tut ein bisschen weh, aber wir sehen zumindest wieder in der Bundesliga zurück. Timo Baumgartel wechselt von Eindhoven, zu denen er damals gegangen ist, vor unserer Zweite Gassessor, also 2019, das war mal für, glaube ich, ganze 10 Millionen sogar. Da war noch nicht so viel Corona geschehen, was Transfermarkt angeht. 10 Millionen für ihn bekommen. Sich da, ja, ein bisschen Verletzungen, glaube ich, auch am Start gab. Nicht unbedingt der Stammspieler geworden, zeigt sich ja auch jetzt. Er hätte sogar Champions League spielen können. Ich glaube, die wurden Zweiter oder so in der holländischen Liga. Jetzt geht es zu Union in die Conference League. Sollten sie natürlich erstmal die Quali-Runde schaffen. Wird geliehen, ich glaube auch mit einer Kaufoption am Ende. Weil, ja, ist natürlich unpraktisch, dass er gerade zur Union geht, Baumgartel. Ich weiß nicht, ob er auf, ich weiß schon gar nicht mehr, stand er auf dem Platz? Weil er war ja gegen Ende von der Saison ein bisschen außen vor. Ich weiß gar nicht auswendig, ob er auf dem Platz stand in Union. Ich glaube es aber fast nicht. Ich glaube, das war wieder Badstuber und Kabak und so, ne? Ich weiß gerade gar nicht auswendig. Aber, na, Union, VfB-Spieler, die zu Union gehen. Man hat einfach wegen dieser Relegation, keine Ahnung, auch ich, einfach voreingenommen mit Union. Jetzt ist er zurück in der Bundesliga. Hätte ein anderer Klub sein können. Mal gucken, wie viel wir von Timo Baumgartel in der Saison hören und sehen werden. Und zum Schluss gehen wir quasi wieder zu aktuell und VfB pur, doof gesagt. Wir haben nämlich auch das Auswärtstrikot jetzt am Start. Ein, ja, rotes Trikot, schwarzer Brustring. Das dicke, äh, Mercedes-Logo ist auch wieder drauf. Ähm, ja. Und lustigerweise, es war auch so ein erster Gedankengang von mir, hat auch jemand oft für draus gearbeitet. Äh, sieht ein bisschen aus, als hätte Hitzesberger da fast Einfluss genommen aufs Trikot. Weil es sind eben so, ja, so, so Konfetti-artige Dinger. So schwarz und, und, äh, gelb und weiße, ja, kleine Konfetti-artige Partikel quasi auf dem Trikot drauf. Da kam irgendwie der Tweet wieder hoch nach dem 5-1-Sieg in Dortmund. Und ich könnte Konfetti kotzen, so happy bin ich über das, was ich gerade sehen durfte. Ähm, Trikot, gerne, wie gesagt, eure Meinung unten in die Kommentare, wie ihr das Trikot findet. Hm, ich weiß nicht. Also, ich glaube, es ist ähnlich wie das Heimtrikot. Ich muss es mal ein paar Mal sehen, ein paar Mal live auch sehen. Dann könnte es mir gefallen. Aber es ist nichts, was mich auf den ersten Blick direkt fasziniert und mitnimmt. Meine große Hoffnung ist weiterhin so ein bisschen, ähm, das Ausweichtrikot. Ausweichtrikot, auch wenn wir davon ja nicht viel sehen werden in der Saison. Aber das Ausweichtrikot sah ja schon recht geil aus. Das grüne letzte Saison. Mal gucken, was sie da als drittes Trikot bringen. Äh, vielleicht wieder ein geiles Schwarzes. Bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall machen sie ja ein bisschen, ne, ich sag mal, hippere Trikots. Ein bisschen, bisschen fancy mit irgendwelchen weiteren Elementen. Als nur die, die normalen Elemente wie Brustträger und halt die Farben. Ähm, ja, wie gesagt, könnte mir gefallen. Aktuell tut es noch nicht 100%. Ich finde es aber auch nicht komplett hässlich. Ähm, mal gucken, was noch als drittes Trikot, als Ausweichtrikot kommt. Und wer in dem Trikot Kapitän ist, ist auch eine Frage. Hat jetzt auch die Bild nochmal geschrieben. Nachdem natürlich Castro weg ist im Sommer, der auch immer noch keinen, äh, keinen Abnehmer hat oder noch keinen neuen Verein hat. Mal gucken. Ähm, nennt sie hier Endo als, ähm, Kandidat. Sehe ich auch absolut. Favorit Endo sehe ich so. Weil er ist eigentlich auch ganz klare Stammspieler mit 28 auch erfahren. Und auch gefühlt nie verletzt. Deswegen, ähm, interessant. Da schatten wir auch einen Anton. Bisschen auf dem Zettel bei denen unten. Die Davi, der eben so eine Castro-Rolle einnehmen könnte. Ähm, Kempf hatte die Kapitänzmann ja auch schon mal vor Castro. Ich glaube, der wird sie aber auch diesmal nicht bekommen. Ich meine, der läuft nur noch ein Jahr lang, der Vertrag. Ich glaube fast wirklich, dass es Endo am meisten Sinn macht von den Leuten. Hier aber gerne auch mal eure Meinung rein. Wen würdet ihr gerne als Kapitän sehen? Oder sagt ihr, yo, bei Endo bin ich dabei? Und Auftakt. Äh, als die Meldung kam, hatte ich erstmal kurz Schnappartung, weil ich an den anderen Auftakt gedacht hatte. Nämlich die Meldung vom VfB Auftakt mit Zuschauern. Der hat zuerst, boah, geil, gibt's Regelungen. Wissen wir schon, wie es im ersten Heimstuhl gegen Fürth aussieht? Ne. Es geht nur um den richtigen Trainingsstart, der tatsächlich heute stattfindet. Ähm, ja. Im Robert-Schliebens-Stadion, da dürfen bis zu 500 Zuschauer rein. Ähm, fürs Testspiel am Dienstag, was auch live übertragen wird vom VfB auf dem YouTube-Kanal. Das Jako-Spiel, FSV Hollenbach gegen VfB Stuttgart, äh, sind auch alle 750 Tickets verkauft, schon ist um 18 Uhr startet. Ähm, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob die Tickets da was gekostet haben für, für Hollenbach. Also für den Trainingsauftakt haben sie es logischerweise nicht oder zum Glück nicht. Also das wäre, wäre noch schöner. Ähm, was man natürlich immer braucht, die Prüfung der 3Gs beim Zutritt zum Trainingsplatz ist nur digital via Koffpass. Luca und Corona waren ab möglich. Also achtet, bildet darauf, Schnelltests zu machen, die sich in eine dieser Apps integrieren lassen, was natürlich erstmal komisch wirkt, aber auf Twitter haben sie nachgehakt. Natürlich ist es auch möglich, dass man das irgendwie individuell klärt, ähm, weil da kann es ja nicht irgendwie davon ausgehen, dass jeder seine Impfung auf dem Handy hat oder jeder alles auf dem Handy hat, vor allem wenn es in andere Altersregionen geht. Nee, das kann es einfach nicht, kann es einfach nicht erwarten. Deswegen sollte man da auch zum Training kommen heute, ähm, wenn man das irgendwie ausgedruckt dabei hat oder irgendwie seinen Impfpass dabei hat oder whatever. Das klang erstmal komisch, aber das geht scheinbar dann natürlich auch individuell. Mal gucken, wie sie es dann machen mit dem Stadion. Wie viel da dann auch rein dürfen, ist die nächste Frage. Die sich im Podcast ein bisschen geklärt hat, von STR wieder reingehört. Ähm, die erzählt haben, dass in der aktuellen Lage von Baden-Württemberg scheinbar bis zu 60% Auslastung genehmigt werden würden für einen Saisonstart. Man ist noch ein bisschen her, noch anderthalb Monate grob. Ähm, würde vermutlich so am, ja, ist noch nicht klar terminiert, aber an dem Wochenende vom 14. August stattfinden. Ich glaube, die klare Terminierung müsste nächste Woche kommen, ähm, weil die von der zweiten Liga ist schon da. Die von uns nicht. Ich meine, die starten ja auch gefühlt schon in drei Tagen, die zweite Liga, aber, äh, die verbunden sich ja noch nicht für den ersten Spieltag. Es sollte, wie gesagt, glaube ich, nächste Woche kommen. Ähm, was heißen würde, bis zu 36.000 Zuschauer dürften bei uns rein im ersten Spiel. Da natürlich auch wieder, ne, die 3 Gs, ähm, und die Maske im Stadion. Mal gucken, wie es bis dahin bleibt, ob man vielleicht auch ohne Maske rein darf oder was heißt rein, also rein mit Maske und quasi am Platz ohne Maske, so wie wir es auch beim Spiel gegen Leverkusen hatten letzte Saison, was ja neben dem Freiburg-Spiel das einzige Spiel war, was mit Zuschauern lief, eben vor 9.000 waren es, glaube ich. Bin mal gespannt. Ich glaube, weiß nicht, natürlich die Frage, wie weit oder inwiefern sich die ganze Lage verändert bis zum Saisonstart, aber man kann auch von mir aus erst mit 10.000, mit 15.000 rein starten und muss sich direkt schon mit 36.000 rein starten. Wenn es alles machbar ist und alles irgendwie, ja, keine Ahnung, testmäßig und durchgerechnet und alles Sinn macht und alles klappt, yo, ich sehe auch im Stadion selber keine riesengroße Gefahr, das kriegst du schon hin, es ist halt der Weg dahin und der Weg zurück, für den natürlich dann der VfB an und für sich doof gesagt nichts kann, ne, was sind halt dann die öffentlichen Nahverkehre und so weiter und so fort und mit wie vielen Leuten kommt man her, weil im Stadion, das kannst du machen, da kannst du mit Abstand hocken und so weiter, das ist möglich, glaube ich, auch aus den VfB-Heimspielen kam nichts großartig auf, auf irgendwie an Fällen, anders wie es bei manchen EM-Geschichten mit Finnland ist es glaube ich und sowas, also ist noch ein kritisches Thema mit Fans im Stadion und auch die Menge an Fans im Stadion, also ausverkauft, nein, 36 oder die Hälfte oder sowas, vielleicht, vielleicht ja möglich, wie gesagt, im Stadion ist sicher kein großes Problem, eher das drumherum, das müssen und sollen dann auch andere Entscheidungen, die da mehr Ahnung, mehr Einblick haben, als ich jetzt hier als Fan, der einfach nur sagt, yo, ich hätte mal wieder Bock aufs Stadion, lasst mich rein, mal gucken, wie wohl ich mich fühlen würde, mit was für einer Anzahl an Fans, ich mich wie wohl fühlen würde, so rum quasi und dann mal gucken, also auch gerne in die Kommentare bei euch, würdet ihr uneingeschränkt sofort wieder ins Stadion reinhüpfen oder auch sagen, uh, die wollen ja direkt schon 36.000 reinlassen, ich weiß nicht, weil ich bin da auch noch ein bisschen unschlüssig, aber ich glaube am Ende des Tages, keine Ahnung, könnte ich mich davon gefühlt nicht abhalten und ich habe schon wieder so Bock aufs Stadion, keine Ahnung, schwieriges Thema, muss man sowieso dann mit der Lage zu dem Tag, wenn das Spiel dann ist, quasi gucken oder zu der Phase, wenn die Saison beginnt, dann genauer gucken, das kann ich jetzt nicht im Juli sagen, was ich Mitte August denke oder was Mitte August ist, was sie aber schon ein bisschen getan haben in der Bundesliga, Saisonauftakt Gladbach gegen Bayern vor bis zu 18.000 Zuschauern, in Gladbach am 13. August der Saisonauftakt gegen die Bayern, der erste Spieltag, ja, können sie jetzt natürlich so schön sagen, es hat wieder, wie gesagt, auch da einen Monat und ein paar zerquetschte Tage auch noch hin, anderthalb Monate hin, mal gucken, aber schon so ein bisschen Orientierung auch für uns vielleicht, wie viel rein könnten, wie viel rein dürften, mal gucken, was so läuft und ja, am Ende des Tages geht es mir vor allem darum, irgendwann wieder halt einen Spieltag zu haben, diesen einen Explosionsspieltag zu haben, an dem klar ist, in jedem Stadion ist nahezu ausverkauft, alles voll. Das wird ein unsagbar geiler Spieltag. Ich glaube fast, dass wir nächste Saison, außer der Winter, scheißt nochmal maximal rein und irgendwie noch eine weitere Welle kommt und wie auch immer und Delta hier und Delta da, keine Ahnung, aber rein von der Lage gerade hoffe ich zumindest mal, dass wir nächste Saison nicht nur zwei Spiele vorzuschauen sehen, sondern quasi alle, glaube ich, irgendwie wenigstens ein paar zuschauen, auch wenn es dann nur 5.000 sind oder whatever, ne? Ähnlich wie jetzt natürlich bei unserer Mitgliederversammlung, wo es ja, glaube ich, auch 5.000 sind, so als Start, als Test, mal gucken, wie der dann über die Runden geht dann in, ja, knapp zwei Wochen, ne? Ist er dann auch schon. Und zum Schluss, da könnt ihr euch reinklicken, wenn das Video online ist, wird es, ja, gerade laufen. Ich weiß nicht, wie lange der genau geht oder schon wieder vorbei sein und als fertiges Video da sein. Auf jeden Fall ist der Link hier als letztes rangepackt vom VfB-Trainingsauftakt, der jetzt eben am 15, hier um 15 Uhr heute am 2.7. Sorum beginnt. Also jetzt gerade zum Stand der Aufnahme in 20 Minuten beginnt das Ding und ich packe es euch als letzten Link unten rein. Könnt ihr gerne reingucken in den Trainingsauftakt. Keine Ahnung, ob der noch live ist, wenn ich es hochgeladen habe. Ich glaube es fast nicht. Oder ob es eben als fertiges Video anzugucken ist und damit bin ich durch mit den News wieder, ja, die Folgen werden irgendwie auch nicht kürzer. Aber gut, ist halt Sommer, passiert einiges. Viel interessanter Stuff dabei gewesen. Versuche es immer schon so ein bisschen zu bündeln, ein bisschen einige Sachen rauszukürzen. Ich glaube, die Länge ist auch in Ordnung. Ist ja schließlich ein Podcast, ne? Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Zuhören, fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.